Die Salzburger G führt gemeinsam mit den besten Technologien, der Innovationskraft, der Veränderungsfähigkeit und den MitarbeiterInnen Salzburg in eine grüne Zukunft. Viele verschiedene Maßnahmen sind geplant und dazu braucht es die besten Köpfe. In unserer Unternehmensgruppe haben wir über 140 Berufsfelder, vom Obus-Fahrer, über den Netztechniker und Kraftwerkstechniker bis zur IT-Spezialistin. Auf dem Weg zum Greentech-Unternehmen suchen wir kontinuierlich Persönlichkeiten, die mit uns die Energiewende vorantreiben und mitgestalten wollen. Durch regelmäßige Gespräche mit MitarbeiterInnen und Mitarbeitern kann sich das Unternehmen neuen Herausforderungen und Wünschen stellen. Die Herausforderungen sind zum einen, dass man eine Balance findet zwischen den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen auf der einen Seite und den betrieblichen Anforderungen auf der anderen Seite. Und es ist für uns auch ganz entscheidend, dass es darum geht, dass wir eine Kombination von persönlicher Entwicklung und Zufriedenheit der Mitarbeiter, aber auch die Unternehmensziele unterstützen. Zufriedenheit im Job, Gesundheit und die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung sind im Greentech-Unternehmen wichtig. Die Work-Life-Balance muss stimmen. Für mich persönlich ist es deshalb der beste Arbeitgeber, weil es einfach so viele Entwicklungsmöglichkeiten hat, durch das es so ein großes Unternehmen ist mit total verschiedenen Bereichen und man darum einfach sich auch intern so viel weiterentwickeln kann und das ist einfach super dort. Also was einmal sicher eine von den größten Vorteilen bei eines Erachtens ist, ist einmal die Vereinbarkeit von beruflichem und von Privatleben. Also gerade hier vor kurzem sind wieder einmal die Gleitzeiten angepasst worden, also man kann sehr individuell arbeiten und so lässt sich eben das, wie gesagt, sehr gut verbinden. Und auch die Firma unterstützt uns Mitarbeiter in allen Belangen, also auch berufliche Weiterentwicklung. Die Salzburger AG bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlreiche Vorteile. Neben Klassikern wie flexible Arbeitszeiten, betriebliche Gesundheitsvorsorge oder Ferienbetreuung ist ein konkretes und sichtbares Beispiel sichtlich der gerade in Bau befündliche Betriebskindergarten neben unserer Zentrale, der ab Herbst unseren Anspruch an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstreicht. Wenn auch Sie Interesse an einem Job in der Salzburger AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at www.salzburg-ag.at www.salzburg-ag.at